Es ist der 1. Dezember. Die Vorweihnachtszeit ist zu spülen, auch hier bei uns im Deutschen Fußballmuseum, in der Fotoecke, wunderbar weihnachtlich dekoriert. Wir begrüßen euch ganz herzlich zum täglichen Adventskalender, der Adventskalender heißt, weil ich bin Sven und die Kollegen fanden das lustig. Kolleginnen und Kollegen, damit meine ich unter anderem auch Nicola. Ich grüße dich. Hallo. Jeden Tag verschenken wir was aus unserem Shop und Bistro. Und bevor wir noch zu sprechen kommen, ganz kurz die Frage an dich natürlich auch. Wir haben jeden Tag drei Fragen an meine Kolleginnen und Kollegen. Erste Frage, was machst du hier? Ich bin Betriebsleiterin und kümmere mich um Gastronomie und Events. Jo, seit dem Start. Perfekt, pass auf. Ich meine, es ist schon weihnachtlich dekoriert hier, aber so ein bisschen mehr Weihnachtsfeeling würde ich vorschlagen. Lass mal noch aufkommen. Man kann schon Santa Claus vorfahren werden, glaube ich. Nicola, was ist deine Lieblingsecke hier im Deutschen Fußballmuseum? Meine Lieblingsecke ist die Winterlounge, weil da ist es besonders weihnachtlich. Und das ist oben in unserem NLF Bar und Restaurant. Und zack, wie durch Zauberei sind wir hier in der Winterlounge. Schick aus. Ja, steckt viel Arbeit drin, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Jetzt sind wir im Shop und im Bistro, Nicola. Und da kannst du jetzt das Angebot zum 1. Dezember beortragen. Genau, ich bin heute im Bietz und bei uns gibt es heute zu jeder Tasse, in unserem Sortiment, ein Heißgetränkartes, also Glühwein oder auch ein Latte Macchiato, eine heiße Schokolade. Gut. Schöne euch was aus und kommt vorbei. Bis dahin. Ich wähle mir hier die gute Bietz und hole noch unbekannt Kaffee dazu. Danke, Nicola. Also kommt ruhig vorbei. Ihr könnt auch euer Museumsticket bei uns im Shop und im Bistro shoppen. Auch ideal für Geschenke, falls ihr für eure Lieblingse noch Geschenke braucht. In dem Sinne nochmal danke, Nicola. Danke. Und Aum, 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 kommt vorbei ins Deutsche Fußballmuseum. Wir freuen sich. Wir freuen sich.